Ja, Huhu hier wieder beim Koali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare und ich spiele heute wie der Feuerärmse, weil ich da noch Allstars töten muss. Und was ist nicht schöner, als als Pflanze Allstars zu töten? Ne? 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 Hier mal ein paar crappy Pflanzen hinpflanzen, die sind eh wahrscheinlich schneller tot, als wir Hallo sagen können. So. Da gibt ja alles Punkte, nicht wahr? Nicht wahr, 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 ja, wo sind sie, die Allstars? Ich hoffe, es kommen auch ein paar. Da können wir erstmal ein paar crappy Zombies. So, da ist doch schon Allstar. Ah, dein Tackling. Und jetzt hat ihn die Pflanze erwischt, so ein Ärger aber auch, so ein Scheiß. Das ist schon der nächste Allstar. Rush da durch. Komm, den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich. Oh, eine andere hat ihn gekriegt. Ah, so ein Ärger. Das ist aber Shit. So, hier haben wir einen Luftanschlag. Kollege. So, oh je, oh je, oh je, oh je. Und der erste Tod. Razzupal mit dem Voltoblaster. Nicht so schön, nicht so schön. Na gut. Oh, die Zombies haben schon die Basis erobert. Was ist das denn für ein Scheiß? Erstmal hier schön ein paar Zombies wieder ins Jenseits schicken. Der ist Feuerschaden verreckt. Sehr gut. Den haben wir auch noch schon erwischt. Komm. Nachladen. Und. Den haben wir auch noch. Sehr gut. Da hinten kommen ein paar Allstars. Die brauche ich. Zwei Stück gleich. Der Fall hat geschanzt sich hinter seinem Schild. Und da hat er noch Kollegen, Fußsoldaten mit dem Z1 Sturm. Alleiner hätte er es nicht geschafft. Oh, da bin ich wiederbelebt. Der Bärenwerfer. Und. Brauchen wir da mal hier die Bohne raus. Da kriegen wir bestimmt was. Und. Komm, komm Bohne. Ohne. Ah, einen haben wir gekriegt. Rache aus dem Grab. Ah, das hätte auch mehr rein können. Weil die haben ja überhaupt nicht drauf. Überhaupt nicht aufgepasst gerade. Schade, schade. Es war vielversprechend. So. Aber die Allstar-Jagd geht weiter. Kommen wir hier links lang. Und dann kommt da. Na, der ist außen. Shit. Er geht rechts im Allstar lang. Und hier, hier meine Allstar. Hier, hier, hier. Da bin ich gesprintet. Sehr schön. Zombie erledigt. Flammenschaden. Da ist ein Allstar. Ja, den haben wir gekriegt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Allstars töten. Wie gesagt, eine unserer Aufgaben hier. Da ist schon der nächste Allstar. Sehr gut aus, dass auch mein Gegner so viele mitspielen. Das ist schon auch noch einer. Dann daneben getackelt. Ja, zwei Allstar. Es kommen die Bohne, muss sitzen. Den braucht leider zu lange. Dreierabschussserie. Für mich wahnsinnig gut. Komm. Stirb. Komm, der muss jetzt am Feuerschaden noch verrecken. Ah, leider nicht. Leider nicht. Na. Eine Vorlage kriege ich immerhin. Und ich werde wiederbelebt. Der Kaktus mit der Papiertüte auf dem Kopf. Danke, lieber Kaktus. So. Hier wird auch fleißig gekämpft. Wenn wir einen Teleporter verteidigen. Und ein Allstar. Ein Allstar, ein Allstar. Vergesst alles. Tötet die Allstars. Mann, schon wieder hat jemand anders die getötet. Ich mach hier. Zu schlecht schaden. So, jetzt müssen wir wieder warten, bis die ganzen Allstars wieder hier nach vorne kommen. Da ist wieder einer. Ich hab schon wieder eingesehen. Ich hab einen gesehen. Ich hab einen gesehen. Dann müssen wir uns nach hinten anschleichen. Das ist kein Allstar. Aber den nehmen wir uns trotzdem mit. Da hinten ist ein Allstar. Und schon wieder kriegt den jemand anders. Leute, ich muss die töten. Ich muss die töten. Schon wieder haben wir nur eine Vorlage. Meine Kollegen gönnen mir aber auch nichts. Wir haben Zeit von der Sonnenblume. Wo ist denn hier eine Sonnenblume? Sonnenblumen-Power. Hier ist eine Heilblume. Super. Da fliegen die Raketen. Und auf der rechten Seite ist ein Allstar. Ich glaub, der ist gerade schon wieder in die ewigen Jagdgründe verschwunden. Okay, 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 okay. Ich sehe ja einen, dass das ein Tod für mich war. Aber meine Heilblume da vorne, die hat anscheinend ich gepflanzt. Die bringt mir gerade ordentlich Punkte. Dies rockt, dies rockt. Aber ich muss Allstars töten. Allstars? Oh, meine Heilblume ist gestorben. Nein, meine Heilblume. Na. Jetzt sind sie mit zwei Ingenieuren hier drüben. Da müssen wir mal kurz verteidigen gehen. Obwohl das Spiel gleich schon wieder vorbei ist, wa? Ne, und wir haben zu wenig Allstars getötet. Ein Allstar geht noch. Da ist einer. Komm, den kriegen wir, den kriegen wir. Ja, ein Allstar. Sehr schön. Dann holen wir hier nochmal eine Bohne raus. Vielleicht trifft hier noch irgendwas. Ja, tanzt du. Wirst aber trotzdem den Garten nicht einnehmen. Abschlussbonus. Oh, das war wieder eine kurze Runde. Schlimm das. Schlimm das. Tja. Armer Action geladen. Auf unserer Jagd nach den Allstars. Und wir sind sogar Heil... Heil... Wie heißt das? Moment. Meisterheiler. Wegen unserer Heilblume. Ja. Machen wir noch eine Runde. Komm, wir machen noch eine Runde. So. Da sind wir wieder. Mit der Feuereinabse. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt auch wieder genauso viele Allstars gegen uns haben, wie beim letzten Spiel. Weil das war schon cool. Jeder zweite Zombie oder so war dann ein Allstar. So. Dann pflanzen wir mal wieder. Vielleicht noch mal eine Heilblume oder sowas. Hat uns ja eben gute Punkte gebracht. Hier hinten können wir auch eine Heilblume hinstellen. Davon haben wir ja noch genug. Hier unten vielleicht noch sowas. Leute, nicht Flusssoldaten spielen. Allstars. Die sind viel cooler als Flusssoldaten. So. Da ist das, Anna. Mit einem Iroh. Aber ich glaube, der hat auch gerade ins Gras gewonnen. Nein, der hat er nicht. Scheiße. Jagen wir ihn. Brand gesteckt haben wir ihn schon mal. Ah, die Bohne versaut. Wir haben eine Vorlage gekriegt, weil unsere Kumpels schon wieder töten, was wir eigentlich töten wollen. Komm, jawohl. Mindestens ein Kill. So. Hinten ist noch eine Feuererbs unterwegs, sehe ich gerade. Hoffentlich musst du dich auch Allstars töten. Da ist noch ein. Na, dann lasst du wohl unsere Heilblume in Frieden. Wo ist er hin? Da hinten. Ja, haben wir noch erwischt. Ja, ja. Jo, und der Allstar macht uns platt, den wir eigentlich platt machen müssen. Und es ist wieder der Iroh. Der Alfone, 31. Ai, 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 ai. Das schreit nach Rache. So, wo ist er, der Alfone? Erstmal ist hier... ...nochmal der... ...Wissenschaftler, den wir eben schon nicht gekriegt haben hier. Ach, irgendwie läuft es gerade nicht. Und hier, was mit meinen Blumen? Aber die sind alle schon zerstört worden. Tragik, Tragik. Ich höre doch irgendwo einen Allstar. Da hinten ist noch ein Allstar. Ich höre ihn seine Golfbälle verschießen. Ja, bleibt mal da stehen, Allstar. Ja, zumindest angefrackt haben wir ihn schon. Ich bräuchte mal, äh... ...so ein... ...machbar möglichst viele Vorlagen bei Allstars. So, hier mal sowas rein. Halt ihm schon wieder Zombies unterwegs. Komm, den kriegen wir. Wo wir den? Oh, was war das? Ein Wichtkick von Alfone. Leute, das muss andersrum gehen. Ich muss den Alfone töten und nicht umgekehrt. So, und dann überleben wir den wieder. Oder auch nicht. Okay. Da ist der Alfone. Komm, Alfone. Du musst sterben. Ja, aber wenn du hier so einen General Supremo mit dir rumschleppst... ...ist das ja kein fairer Kampf. Na, grummel, grummel, grummel. Wo ist der Alfone? Der war auf der linken Seite eben unterwegs. Wir gehen uns von hier auf das Dach und gucken mal, wo der Alfone rumschwirrt. Da ist ein Ingenieur, der hier gerade in den Garten rein will. Ich wurde gerade in Brand gesteckt. Das ist gar nichts mal so schön. Der Alfone versteckt sich immer hinter deinen Kollegen. Komm hier, friss mal eine Bohne. Geht jetzt auf die andere Seite. Schnell nochmal nachladen und... Ja. Jawohl, und den Alfone haben wir jetzt endlich mal zerstört. Sehr gut, hier ist eine Heilblume. Finde ich gut gebrauchen. Sehr gute Arbeit von den Sonnenblumen. Und, oh, unsere Agarten. Hier müssen wir wieder eine Heilblume rein. Weil Heilung ist wichtig. So, da kommen schon wieder die komischen Hut-Zombies an. Und hier muss doch mal Verteidigung gelegt werden. Hier so, zack. So, da kommen sie von links. Das kann doch nicht wahr sein. Warum steht denn da keiner verteidigt? Warum überleben die meine Bohne? Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Na. Feuer gegen Feuer, komm. Ich hab mehr Reichweite als du und trotzdem killst... Nein, nee, hat er hab ich gar nicht. Nee, hab ich gar nicht. Die Feuervariante vom Wissenschaftler hat ziemlich viel Reichweite. Ganz schön dreist. Aber ich brauch den Alfone. Wenn er denn noch All-Star spielt... Ich stehe mir immer noch mal nicht in die Schussbahn hier. Da ist er wieder. Der Kollege, der uns eben getötet hat. So, All-Stars. Super, super, super. Alles schon wieder. Leute, pflanzt doch mal. Pflanzen sind wichtig in diesem Spiel. Pflanzen. Das bringt Punkte. Da sind nur noch Wissenschaftler und Fußsoldaten unterwegs. Das ist echt zum Kotzen. Hier ist ein General Supremo. Ja, der hat immer besiegt. Sehr gut. Auch wenn es uns... ...ordentlich an... ...Zeug gekostet hat, heilen wir uns hier wieder hoch. So, und hier haben wir eine Feuererbse rein. Und hier kommt schon wieder ein Wissenschaftler. Und möchte uns zerstören. Na, komm. Oh, wir sind hier zu fünft. Und kriegen den nicht kaputt. 9% hat er denn noch. Wahnsinn. Und der Alfone. Der Alfone. Wisse, 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 wisse. Da steht er drin. Ah. So ein Ärger, der Alfone. Jetzt tötet ihn wieder jemand anders. Schnell wieder nach vorne mit Hyper. Eigentlich müsste ich jetzt aber hier die Leute den Garten mal einnehmen lassen. Also ich schieße jetzt nur auf den Alfone, wenn er denn hier kommt. Und hier noch irgendwie was hinpflanzen, falls es dann doch vorbei sein sollte. Hier, geh in den Garten, du Blödsack. Du auf, ab in den Garten. Ja, geh in den Garten und schieß nicht auf mich. Und ich zieh dich in den Garten hier. In den Garten rein, Leute. Ihr müsst einnehmen. Jetzt ist das Spiel vorbei. Oh, und die haben es echt nicht hingekriegt. Die stehen da und jagen mich rund um den Garten rum. Und die hätten das einnehmen können. Und ich muss immer noch Austers töten. Mäh. Aber dafür haben wir uns ein Stickerpack verdient. Oder. Sterne, Springer, Eispilz, Buckchoy, immer cool. Vampir-Zombies, nochmal ein Sonnenschild und falsche Vögel. Die sind cool. Und eine Kappe aus Steaks. Yum, yum, yum. Gut, das war es für heute. Have fun. Euer Koali. Tschüss. Das war es für heute. Numel, Tag. Bis zum nächsten Mal. Musik Untertitelung des ZDF, 2020